Tschüss. Und? Schmeckt nach... Salz und Sonne. Nach strahlend blauem Himmel und braun gebrannten Körpern. Wir sitzen hier in Düsseldorf. Na und, hier kann man doch auch prima feiern. Du hast auf alle Fälle die bessere Perspektive. Wenn ich's dir sage, drehst du dich um. Rechts hin in der Eingangstür, erst der Tisch. Jetzt. Die blinzelt schon eine halbe Stunde zu dir rüber. Na ja? Glaub ich nicht. Und jetzt? Jetzt glaube ich, dass der Abend noch richtig spannend wird. Auf uns. Ich hab Carla schon lange nicht mehr so entspannt gesehen. Mhm. Gesucht und gefunden, sag ich nur. Drei Wochen. Dann ziehen Sie zusammen Betten? Ist Frau Schneider da? Ja, aber gerade in der Küche irgendwas am Besprechen. Carla? Ist Susi schon den halben Tag, weil ich sie noch was fragen muss? Das ist vielleicht nicht der günstigste Moment. Dann spreche ich erst einmal mit Frau Schneider. Wollen wir noch was bestellen oder lieber die Location wechseln? Ich wäre hier für einen Wechsel. Oli, zahlen bitte! Alles okay? Okay? Ja. 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 Ja.